PEGI 18 Hallo Leute, Maffi hier und wir schwimmen weiter. Dead Island! Wir wollen ähm, ähm, wir wollen ähm, ja. Wir wollen ähm, ähm, um was machen, ähm, ähm. Und wieso sag ich das? Äh, nein. Rede mit Darwin. Wo ist der denn? Der war klopig beim Löschsturm, ne? Ähm, Nektar des Lebens, besorge, ähm. Gut, Zeit für Alkohol könnten wir eigentlich auch mal machen. Aber wir machen jetzt Feuer und Flamme. So. Und auf geht's. Kann ich mir eigentlich jetzt hier rüber? Ähm. Kampfkunden an. Erfolge, nein. Herausforderung, nein. Okay. Hier kann ich's anscheinend nicht runterladen. Den Bauplan. Deshalb auch immer nicht. Wo ist der hier jetzt mit Ball? Genagelt. Stützer, da. Baseballschläger, oben an, um verblübt. Natürlich, du, was. Okay. Warte ich hier, reparieren wir mal. Reparieren? Da. So. Hm. Und dann fahren wir mit dem Auto daheim, wo wir hin sollen. Nämlich zum Strand. Strand, Strand, Strand. Strand. Strände sind toll. Oder so ähnlich. Dann fahren wir mal noch hin. Weil bevor wir mit den Hauptmissionen mehr oder weniger weitermachen, werden wir erstmal die Quest abschließen. So viel irgendwie gehen. Oh. Ich glaub der hat mich gehört. Ja. Egal. Äh. Äh. Kofen nehmen. Ja. Perfekt. Und weiter geht's. Nächste Kofen nehmen. Ja. Perfekt. Und weiter. Sie ist ja fast wie ein Rennspiel. Äh. Jo. Hinten war so. Aaaaah. Verdammt. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Toll. Der hat mich meine Scheibe kaputtgemacht. Ich seh wieder nix besser. Viel besser! Und dich nehmen wir noch mit! Nimm dich! Und dich! Und dich. Und hier müssen wir anhalten! Na. Otto bleibt hier. Und wir gehen hier runter. Nene. 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 Seidleins, eh. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir uns dann der Erkundung widmen, weil in den nächsten Parts werden wir alles erkunden, auf der Hose, in den Gebieten, wo wir hin können. So, damit wärt ihr erledigt. Gut, wenn du mir sagst, ich muss da lang, dann werde ich da einfach mal lang gehen. Aha, ausgewichen. Wenn heute für die Deary sorgt. Ah, ja. Folgt dir mir etwa mal noch. Mann, du bist doch einer. Ah, ihr lernt's nie, oder? Jetzt hätte dir voll den Kopf schweiten müssen, aber ich sag nichts. Hm, egal. Wir sind ja nicht deswegen da. Wir laufen weiter und weiter zu den Schiffracks, die hier irgendwo hinten sein müssen, meistens langsam. Von woher kenne ich die Stelle? Ist das nicht... Nein. Aber von woher kenne ich die Stelle trotzdem? Woher kommt die denn auf einmal her? Ja, ist klar. Wo kamen die da auf einmal her? Ich werde bestimmt wieder 10.000 Meter davon entfernt abgesetzt, richtig? Nein. Ich hatte mal nicht recht, aber okay. Wenigstens einmal haben sie mich in die Nähe gesetzt. So. Mit mit euch. Den nervt nämlich ganz schön. Wisst ihr das eigentlich nicht? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, kritisch. Genau. Du triffst mich natürlich. So. Du hast was. Du hast nix. Na, mein Freund. Ich geh einfach zu hoch, denn, denn, du näherst tierisch. Deswegen, lass mal so zureden, das wird doch etwas. Oh oh. Das geht doch mal nix. Ähm, Inventar. Dich nehmen wir jetzt mal raus und tauschen dich gegen einen. Da ging aus. Oder nehmt es einfach so auf. Oh. Das ist nicht gut. Hüff. Hm. Warum machen die Hände mehr Schaden als Haufen? Oh. 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 Auch wenn ich eins das Pedal haben, äh, das Dings da haben wollte. Aber, hey. Es hält nicht zu, dass ich das bräuchte. So. Na, rein damit. Und hier damit. Danke. Okay. Ist das ein Baseballschläger? Ne. Wir müssen da Batterie Finde 10 Energy Drink Perfekt Und noch ne Fackel Wieso wollt ihr eins, dass ich erst um dieses Ding rumlaufe? Genau, bleibt mein Wasser Schade, ist nicht tief genug Aber doch ist die Oh Und der Hammer hat bei denen nicht so viel Auswirkungen hab ich das Gefühl Hab ich nicht einen Molotow Cocktail grad noch in der Hand? Hier, nehm mal den Na, ich will mir den zumindest mal angucken Komm Wow Der Fall drinnen steht und irgendwie nix passiert, aber Hm, warum sollte es auch? Es ist ein Zombie Wir könnten das Rohr benutzen Könnten es auch sein lassen Na genau, gehen wir zurück Dann kann ich nämlich hier Mal Ach ja, das geht ja so nicht Man muss es ja wieder kompliziert machen Oh, das ist Alkohol Das ist ja nicht gut Okay, ein Blut Ich wollte eins das hier ausrüsten Danke Schau mich nicht so ruhig daran Also ich hatte dich schon mal auf dem Ohren bekommen Ja, du stirbst Ich seh's Verdammt Wie kann man zweimal in einer Folge sterben? Ich brauch unbedingt Beschusswaffe für den Na, wen dürften alle anderen ja weg sein Nur er steht halt noch mit denen, was er grad schon hatte Warum muss ich das mit der Heilung noch richtig hinbekommen? Weil ich hab das noch nicht so richtig verstanden Geh also auf Was ist der da hinten? Ich weiß es grad nicht Hallo Susanne Hallo mein Freund Wow Genau Wie ich Gehen diesen Typen grad sowas von verlieren? Schön, dass ich die Kiste nicht aufnehmen kann Aber hey Dann haben wir noch sowas hier Oh, ich muss mich mal aufladen Ja, ist klar Ja? Oh, er hat nen Pfuch. Das ist vielleicht ganz praktisch, aber vielleicht auch nicht. Kannst du überhaupt jetzt noch schlagen? Ja, lass mich raten. Nein, ich hab noch nicht. Das ist praktisch. Das soll ich denießen. Außerdem kann ich die Woche nicht mehr benutzen, aber... Wie wärs mit einem... Wie lang ist denn sein Arm eigentlich? Das gibt's doch nicht. Wieso hab ich jetzt hier den Hammer ausgerüstet? Das gibt's doch nicht. Ich lauf jetzt einfach an dem vorbei. Ich hab keine Lust mehr gegen ihn zu verlieren. Aber wir nehmen dich trotzdem mit. Man weiß ja nie. Sie können nicht mehr so schnell wie Autofilitarist. Ich muss es nicht mehr übernommen. Wie gibt's denn totalen Abfahrung? Die Opaarer kann man nicht mehr überladen? Wie ist es da? Aber wir nehmen dich an, also wie viel zu können. Die Opaarer kann man nicht mehr auf den Einsatz. Die Opaarer kann man nicht mehr auf den Einsatz. Ihr habt den, ist es nicht mehr so schnell wie du an der Angst haben. Oh, der ging ein, gleich nicht zu weit. Genau. Komm ich da ran? Weg! 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 Und Bäm! Ich sagte Bäm! Schön, so kann man es halt auch machen. Oh, oh, oh! Schön, dass es genau jetzt der Kopf wegschrecken, aber okay. Oh, hier liegen noch mehr Sachen drin. Jetzt hab ich aber nicht meinen Hammer liegen lassen, tatsächlich, oder? Ne, nehm ich dich einfach mal mit. Oh, hier oben sind wir gleich ein Tipp. Zurück zum Turm! Ja, warum nicht? Wenn man da singt gerne. Rennen, 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 rennen. Rennen, 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 rennen. Ich renn lieber. Hinter mir so, um was das gefällt mir nicht. Äh, ja. Kurbische durch die wir nicht laufen können. Yay! Dann kannst du mir mal kreuzweise umgehen. Ist das der richtige Straße da um? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich kann ja auch mal im Flugzeug runtergekommen sein. Wird mir mal grad sein. Nix, okay. Und tschüss. So. Hier noch einer? Den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Okay. Gut, soviel ich weiß, da steht beim Turm eh noch ein Auto. Ja. Füllnotfälle. Ja. Woher die hell ich das pute that? Grausamer Fleischstreitkolben. Beeinträchtigende Sicheln. Mittleres Metikit. Ich bin gerade am überlegen aber... Nääää. Mir reichen die Sachen die ich hab. Jaaa Gut, das machen wir dann auch noch, aber eigentlich wollte ich jetzt erst mal die Quest abgeben. Klopfen an der Himmelstür? Nein, Feuer und Flamme. Ah! Wir müssen hier rein! Wir müssen hier nicht vorbereiten, nicht wie wir sind! Hier, mach das! Nur ein Token! Jetzt hör doch, da ist etwas anderes. Die Lichter ist zurück in der Linie. Wir brauchen alle unsere Bases. Ein paar von uns haben angefangen, eine große Hilfe-Signung in der Flamme, als wir von diesen fuckingen Sachen entstanden sind. Jetzt, jeder ist zu Angst, dass wir wieder rauskommen sind. Aber wenn du das Sign für uns konntest, dann mache ich es für deine Zeit. Was sagst du? Ja, wenn es sein muss. Okay, gut. Aber, äh, mach mir ein favor. Bleib vorsichtig da draußen. Nein, ich bin nie vorsichtig. Warum? Kann ich nicht sterben. So, okay. Okay. Jetzt machen wir nochmal... Das da. Das wollte ich eins nicht, aber okay. Das wollte ich. Wo sind die eigentlich, die... Wow. Soweit. Na ja, wieso jetzt? Machen wir mal. Ja. Genau das. Ja, das fahren wir immer alles noch. Also, weiter geht's. Wir fahren diesmal und ich... Perfekt. Da ist uns ein altes Auto gewesen. Schon. Das hier ist auch nicht. Und... Ah. Ah. Wirklich. Über die Leute haben... Die Leute. ...verg pilgrim. Hier haben wir... Das fällt mir gerade ein gut, dass du mich daran erinnerst. Das hier ist zwar kein... mit der Landkette hier vorne, ok. Du kannst einen Falken mitnehmen. Oh, fuck. da names marcus fixin this piece of shit when these things came out of nowhere see if you can get out of the transformer back online while i finish fixing this one goal do not want to warum auch nicht da ein stein und das ganze jetzt noch mal rückwärts und hier vorwärts gleich wieder aussteigen, das hat sich ja voll gedauert ich hätte vorher auf die karte gucken sollen hallo mein freund, tschüss mein freund hallo freunde ach ich weiß ja was das enden wird hallo hallo ja ja das war's ja genau sie steht mit dem rücken zu mir und auf einmal hat sie mich gegriffen diesmal diese gewalt in spielen, das ist ja unglaublich sag's doch, wir sind alle potenzielle amokläufer was ist da etwa was ist da etwa nein da ah verdammt ja man ja 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 Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr raus will, aber ok. Hm, doch nicht. Und doch, ich hatte nichts. Wir rennen einfach an den Fall. Wir gehen zurück zu Mogos, meinem Freund. Lass uns ihn auf, wasíamos zu nehmen. 5. S formed nicht. $5. $18. $5. $5. $5. $6. $5. $5. $5. $5. $5. $5. $5. $6. $5. $5. $5. $5. $5. Dann werden wir uns ja auch bei den Licht. Cash. Sicher, dass du nicht kommen willst, Dina? Aber okay. Wenn du nicht willst, ist das in Ordnung. Wo ging's denn hier nochmal runter? Ah, da vorne ist mein Bar. Schnell rein da. Und los geht's! Ninninninnin- Erfolg. Juhu. Nächstes Mal geht's auf Verkundungstour. Ah ne, nächstes Mal lieber das SOS-Zeichen, dann ... gehen wir auf Verkundungstour. Glaube ich. Wir machen einfach beides. Erst das SOS-Zeichen, dann auf Verkundungstour, da ist völlig okay. Und rauf hier, wenn dich nicht mehr... Nicht mehr... Da war mein altes Auto. Ha! Genau davor gebremst. Wir haben das ganze abgeschlossen. Schön. Jetzt aber anscheinend noch eine weitere Quest. Aber du hast eine Quelle. Jetzt machen wir nächstes Mal was du von uns willst. Was möchtest du? Ich glaube du hast etwas für mich. Gefährliche Schraubenschlüssel oder was. Okay, wir haben ein Draht. Wir haben Signalverstärker. Wir haben Klebeband. Und wir haben was zum Öffnen. In dem nichts drin ist. Okay. Aber wir können reparieren. Wir reparieren dich. Wir reparieren einfach mal alles. Gut, dann werde ich sagen, wir wenden die Folge hier. Und sehen uns nächstes Mal wieder bei Dead Island. Bis dahin Leute. Wir warten. Wir gucken uns mal wieder auf den Weg.